Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Pilot Simulator. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne Like da und wir starten mit dem Video. Die Frage ist, was wir, welche Map für aussehen soll. Nehmen wir das hier. Ach ja, da stehen wir. Guck mal, Leute. Guck mal, wir sind Pilot. Okay, da kommen wir spawnen. Da kommen wir ein bisschen fliegen. Ja gut, eigentlich schlechte Idee, aber egal. Wir probieren mal. Wir gucken mal, kostet der Rental. Ach ja, das ist was anderes. Nein. Also hier. Warte, Airlines. Oh, sollen wir den nehmen? Boah. Oh. Oh. Wie kommen wir rein hier? Ah. Set für Pilot. Wie geht das los, Leute? Hä, wie fliegt man? Wie kann ich fahren? Ich will hier raus. Ach, Leute, das war mal wieder komplett. Ich wähle irgendwas scheiß aus. Das hier ist besser. Wie geht das hier? Ach. Wir gehen mal hier rein. Komm, kann ich irgendwie nicht fahren? Hä, warum kann ich nicht Pilot sein? Deswegen kann ich nicht fahren, jetzt weiß ich. Leute, Leute, was ist das? Wir können irgendwie kein Pilot sein. Wir gehen mal kurz, was ist das? Wir gehen mal mit dem kurz schauen, was ist das? Oh, Harlan, was ist das? Ach ja, wir müssen da. Komm mal jetzt von... Ah, ja, okay. So, Leute, wir gehen mal schauen, was hier so los ist. Was denn da läuft? Sag mal. Aber ich muss sagen, das sieht geil aus. Oh, da steht, was denn dort. Da gehen wir hin. Ach, wir konnten woanders fliegen, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie man fliegt. Scheiße, es wäre so geil, aber wir probieren natürlich nochmal. Da steht und so weiter. Wir fahren mal wieder dahin. Was ist denn da passiert, sag man? Oh, man. Was ist das? Kann man nicht Pilot sein? Irgendwie? Trainer. Was steht bei uns? Wir sind einfach nichts. Wir sind einfach, einfach nur... Scheiße, egal, was ist Bonn, warum war es anders? Ja, boah. Was ist denn da? Vielleicht mal mit dem Swiss Airlines. Swiss Airlines, Swiss. Ok, so Leute. Wir gehen mal jetzt. Ach, China. Scheiße, der andere ist auch weg. Jetzt, nein, 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 nein. Airlines Airlines, wir werden hippisch aus. amerikanische airlines bei uns steht irgendwie nix ob wir was sind wir eigentlich ist die frage wortel stoff ist das genau verstehe ich dir verstehe ich dir weiter erreicht 8 jetzt weiß ich startigen ich muss ein bisschen lauter mache ich weiß was das ist wir können mich pilot sein wir können mich pilot sein die gab es ist das spielt pilot sein solle mit dem fliegen die verpiste ich brauchte ich nicht mehr dafür das ähnlich der was das türkische airlines mit türkische airlines fliegen oder das wird auch was auch jetzt jetzt wieder sauber jetzt kommen das einfach mit dem vielleicht auch mit dem dass jeder kann sein dass wir nicht pilot sein können ach so ich verstehe nix hier ich muss sagen was das denn für scheiß digga was das denn was ist das was das für spiel ich muss ja komplett los was denn hier noch irgendwas anders der was das ich heiß hier null punkte gebe ich hier dislike trägt du scheiß digga was das ich lass einfach mit dem fahren wir schauen mal dem ganzen dings ganze map an wie der aussieht so was ist da gerade passiert sag mal wo ich kann nicht mal fliegen bruder irgendwie höre ich auch nix was denn hier los es hat irgendwie kein sound und so ne es wäre so geil wenn wir fliegen könnten ich will auch fliegen wie machen die das ich will auch mit pflege warte leute wir starten das spiel 9 dann sehen wir uns gleich wieder zwei stunden später so leute wir sind wieder ein spiel so wir sind leute wieder ein spiel jetzt gehen wir mal weiter mit schau mal noch mit schau mal ist es tutorial tutorial mit tutorial ah ja und da stehen sogar noch mehr airlines wir gehen mal mit dem tag kommt das fliegen dazu eine wunderschönen guten tag es geht los es geht los leute es geht los das sage ich nichts leute wir fliegen einfach ganz normal geschild wir sind schon kollege wo geht es hin ich habe ihn geschissen hat kann man nur aufstehen soll probieren leute aber leute ich würde dann sagen das war's mit dem video wenn euch gefallen lasst bitte abonniere nicht vergessen ich würde sagen bis zum nächsten video leute ciao eure let's play game abonniere nicht Put out the coupe and the light